Okay. So, jetzt aber aufs Spiel konzentrieren. Bitte. Oh, schon wieder so knapp. Esst sich aber auch scheiße. Steuern die Karre. Nein, das war doch... Das ist doch scheiße, ist das. Jetzt habe ich gar keine Maske und ich komme da hinten nicht durch. 100% Schon davor. Ach komm, da kann ich doch jetzt schon wieder die Tonne treten. Es wird dunkel draußen, das ist schön, das heißt, es fängt vielleicht endlich mal an zu regnen. Ich glaube, ich mache mir hier viel zu viel Stress. Wir hatten eh bei dem ersten Durchgang auch noch voll viel Zeit über. So. So, Maske hätten wir jetzt am Start eine. Zwei. Wie sollte das hier eigentlich funktionieren, wenn wir jetzt nicht von der allerletzten hinten aufgefordert werden? Wie gesagt, ich habe mir viel zu viel Stress gemacht. Wir hatten noch 15 Sekunden Zeit, das war aber auch im Augenblick ein bisschen anders, ne? Da waren das aber nicht so viel immer, da waren das vielleicht noch 5 Sekunden oder so. So. Ähm. Krantorismo 5 konnte man auch die Ladezeiten verfürzen, da musste man alle Daten gucken. Ja, das stimmt. War das 4 oder 5? Wahrscheinlich, ich kann es gar nicht gucken, weil ich Krantorismo 5 war das, glaube ich, für die Playstation 3. Und das waren 17 Gigabyte oder noch mehr. Das hat richtig lang gedauert, dass man da was installiert hat. Ich habe, obwohl ich das Spiel nicht mehr spiele, habe ich es immer noch auf meiner Playstation 3 drauf, weil ich keinen Bock habe, das nochmal alles zu installieren, wenn ich es doch nochmal irgendwann spiele. So. Sewer or later. So. Hier ist nichts, wie er läuft. Das war knapp. Das war knapp. Das war auch knapp. Das war auch knapp. Aber ich konnte auch nicht mit den Bergen frequenten, dass ich es einfach nur noch halte haben konnte. Ich bin doch einmal davon runtergegangen. Was ist das für eine Scheiße? Alter, hab ich ein Glück. So, wie ist das hier mit dem gelben Edelstein? Ich gehe da einfach mal hin. Diese Depp ist Mold? Was? Hier gab's doch nur... Hier gab's doch nur Edelneben, oder nicht? Nee, einen Edelstein gibt's sogar. Äh, gab's hier unten Kisten? Nee, ne? Das ist nämlich jetzt dumm, wenn ich da vorne lande, dann muss ich nämlich zurückgehen. Ja, das hab ich, das hab ich, äh... Das hab ich nur gesehen, das ist cool. Hier unten gab's keine Kisten mehr, ne? Weil dann lass ich mich jetzt töten. Und dann mach das dann auf normale Art und Weise. Wie cool! Das ist neu gewesen, oder? Dass der mit Aku, äh, Volleyball gespielt hat. Ach so! Okay, alles klar, hab ich verstanden. Da gibt's keine Kisten, jopp! Oh mein Gott! Ich... Dann hab ich mich noch nie dahingestellt mit Aku zusammen. Dann hab ich mich immer nur, wenn ich keinen Aku hatte, dahingestellt. Was er so treibt. Huch! Ich mich jetzt ein bisschen erschrocken nur. Da war ich selbst dran schuld. Weil der hing fest und dann hab ich kurz mal die Taste losgelassen. Ach komm, fick dich doch! Ich hab kurz mal die Taste losgelassen und hab nicht durchgezogen. Deswegen hat der Sprung nicht mehr gereicht. Mir ist doch warm! Das ist bestimmt, weil die Playstation hier neben steht. Boah! Manchmal stellt er sich aber auch an, ne? Oh, die eine Kiste... Die Niederokiste singt schief! Okay, das werden wohl die Nitro-Kisten sein. Was geht bei meinen Greenscreen? Oh! Mein Greenscreen will nicht mehr so ganz... Moment, das werden wir direkt... Äh, das werden wir hoffentlich direkt ändern. Moment. Oh nein, jetzt geht das bestimmt auf der linken Seite auf, oder? Nee, hier sogar. Das ist schön. Moment, ich brauch das normale Bild. Ich hatte schon gesagt... Ah, Moment. Das ist... Moment. Können wir vielleicht so beschrieben? Ah! Warum ist denn jetzt die Farbe weg? Was ist das für eine Scheiße? Ich hab doch gar nichts gemacht. Wieso? Ja, okay. Ja, die Farbe wieder... ... und der Greenscreen passt! Ja. Hallo Stahlos! Ich hab' Stah... Stahlos. So. Jetzt ist doch gut, ne? Ist jetzt auch besser als vorher... Jetzt nimm ich nicht mehr hier das Gekriff, aber ich will wenn ich da einfach was anspreise... Ich hatte ja gedacht, es wird entweder im Laufe des Tages... Achso, da war es noch gar nicht da. Entweder wird sich das im Laufe des Tages bessern oder es wird schlimmer. Aber es ist schlimmer bevor. Checkpoint! Ach, das ist mir zu dumm, das Warten da. Ach, scheiße. Das wäre jetzt dumm. Ah, es hat funktioniert. Schön. Ähm... Hm. Ich habe Quadrat gedrückt. Mensch. Möp! Jetzt müssen wir das hier machen. Oh mein, Juuu. Möp! 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 Spro Skater 2. Wäre jetzt eigentlich geplant. Scheiße, in welche Richtung muss ich denn jetzt gehen? Ich würde mal nach rechts gehen, weil die... Weil die Äpfel nach links gingen. Hey, das ist das Ende. Ja, es tut mir leid, ich habe nicht dran gedacht. Meine Güte. Was. Wunder. Möp! Wunder. Möp! Wunder. Das ist besser du! Für mich war damals auch Crash einfach ein Fuchs. Ich habe zu meiner Mama gespielt, ich möchte das Fuchs-Spiel spielen. Ein Fuchs ohne Schwanz. Ja, das sieht echt aus... Fick dich doch, du Drecks-Spiel. Das sieht aus wie Mangos. Diese dumme Hurenstelle. Hallo. Willkommen zurück. So geht das natürlich auch, ne? Jetzt muss ich hier nochmal hinlaufen. Verdammte Scheiße. Mann, verzieh dich doch. Ich habe vergessen die Kiste da zu aktivieren. Du geh weg! Ist das richtig, dass uns eine Kiste fehlt? Die hat uns eben nicht gefehlt. Kann natürlich auch sein, dass sie hier vorne irgendwo ist. Was hat er getan? Puh! Puh! Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Der hat mich auch so oft im Speedrun getötet, der Penner hier. Also was heißt Speedrun in dem Relikt gezumpelt. Ja? Ich weiß nur, dass Ape immer das Frost-Spiel war bei Sharon. So. Da wir jetzt fast Viertel nach 3 haben, würde ich sagen, hören wir hier mit Crash auf. Und machen. Wir tun ihn nur weiter. Crash! So ein Glück! Ich habe Cortex Computer gehackt und detaillierte Themen für einen verbesserten Cortex Vortex und eine sehr suspekte Rollstation gefunden. Ich bin nicht sicher, aber Cortex versucht möglicherweise... Du kannst dich in Cortex Computer reinhacken, kriegst aber nicht hin, die Verbindung da aufrecht zu behalten, ne? Joa... Also es macht keinen Sinn, den, 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 äh... Dings hier fertig zu machen, weil es dauert zu lang. Deswegen hören wir jetzt einfach auf nach Sierra Leiter. Joa! Ähm... L2. Was ist das für ein Spielstand? Ich bin sehr verwirrt. Was ist das für ein Spielstand? Na gut, okay. Ach, vielleicht ist das... Mit ner Platin. Eine. Ne, das ist glaube ich einfach nur Relikt in... Ne, das ist nur ein Relikt. Das heißt nicht das Platin ist, das heißt aber nur mit nem Relikt. Aber das ist wahrscheinlich der, mein, mein alter Spielstand, mit dem ich damals gespielt hab. Ähm... Dass ich irgendwann mal händisch gespeichert hab und dann nie wieder. Oh, schönes Bild. Gefällt mir. Gut. Ähm... Dann mach mal hier mit Crash. Kann man hier... Ja, hab ich auch. Nur ich hab halt einmal händisch gespeichert und den Rest... Du musst ja nicht die ganze Zeit händisch speichern. Ist ja nicht wie im Original. Der tut ja die ganze Zeit im Hintergrund speichern. Ähm... Ich hab dann einmal händisch gespeichert und dann nie wieder. So. Ähm... Ja. Ähm... Ich musste ja mich noch verabschieden. Ich hoffe euch hat die heutige Aufnahme gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.